Die Wissenschaft ist eben überhaupt nicht frei, sondern sie wird über das Geld regiert. Ich möchte die Einladung auch danken. Ich habe ein sehr schwieriges Thema oder anspruchsvolles Thema bekommen, nämlich das Thema der Medienzensur in der Wissenschaft. Na ja, gut, so schwierig ist das Thema gar nicht, denn Sie wissen ja genau, wie das geht. Denn ich kann es in einem Satz zusammenfassen, mein Thema. Die Wissenschaft ist eben überhaupt nicht frei, sondern sie wird über das Geld regiert. Ganz einfach. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Es wird ja in der Physik ganz konsequent verschwiegen, dass man Raumenergie nutzen kann. Also wenn Sie das als Physiker laut sagen, haben Sie die Karriere beendet. Dann bleiben Sie, was Sie sind. Das heißt, ich wusste, obwohl schon Professor, nichts davon, dass es eine Raumenergie-Szene gibt, dass es Raumenergie-Gemeinde gibt, wo die Leute arbeiten. Das war mir völlig unbekannt. Die Karriere beendet. Es ist wichtig. Die Karriere beendet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020